So, wir sind jetzt oben am Mountain, in über 4000 Meter Höhe. Mone, merkst du schon was von der Höhe? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich auch nicht. Und ich glaube, so wird es am Morgen mit dem Hurrikan sein, dass wir den Hurrikan wahrscheinlich gar nicht merken. Ja, ein bisschen weniger Wolken wären gut. Aber da hinten fährt es schon ziemlich cool. Da waren so üre Wolken jetzt.